Der Schlachter hat angerufen. Wieso? Gefragt, wozu du das ganze Fleisch brauchst. Wollski, hallo? Hörst du das? Was denn? Das Geräusch. Hallo? Na ja, Kommissar, sind Sie sich draußen sicher? Warum hast du einen Wolf gefüttert? Bist du bereit? Wofür? Für die Taufe. Was? Waschen oder was? Waschen oder was? Easy, der Krass. Easy. Wir haben alles unter Kontrolle. Ich glaube, er ist tot. Er versucht uns zu täuschen. Das ist ein Spaß gemacht, oder? Das ist ein Spaß gemacht, oder? Das ist ein Spaß gemacht. Das ist ein Spaß gemacht, oder? Wir freuen uns. Töne, die Taufe.